Guten Morgen aus Seebrüggel. Ja, wir haben jetzt heute unseren ersten Langgang. Wir haben schon gefrühstückt und werden gleich mit ein paar Leuten aus unserem Team nach Brüggel fahren. Eigeninitiative quasi oder auf eigenes Haus, bevor wir dann heute Nachmittag die nächsten Veranstaltungen haben. Unter anderem gibt es halt einen Schiffsrundgang von anderthalb Stunden geführten, wie auch immer der aussehen mag. Wir selber hatten ja schon eine Führung hier auf der MSC Euribia damals, die war auch ein bisschen länger. Wir wissen jetzt nicht genau, wie diese Führung dann aussehen wird, aber jedenfalls ist das dann wieder zusammen mit allen, auch anderen Expedienten, jetzt nicht nur von uns, von TMG. Ja, und da sind wir schon ganz gespannt und jetzt machen wir uns aber erstmal einen schönen Vormittag in Brüggel mit den anderen und dann nehme ich euch natürlich mit. Ja, und da sind wir schon ganz gespannt, wie diese Führung dann in Brüggel mit dem 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 Brüggel. Ja, und da sind wir schon ganz gespannt, wie diese Führung dann in Brüggel mit dem 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 Brüggel. Ja, und da sind wir schon ganz gespannt, wie diese Führung dann in Brüggel mit dem 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 Brüggel. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020